Die Welt von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist einfach nur riesengroß. Davon haben sich sicher viele von euch schon selbst überzeugen können, denn das Spiel ist bereits seit dem 7. März erhältlich. Die Entwickler haben in dieser riesengroßen Welt aber nicht nur einen unglaublich realistischen Drogenkrieg erschaffen, sondern es gibt auch viele kleine Details und natürlich auch versteckte Easter Eggs. Einige davon möchten wir euch in diesem Video zeigen. Unser erstes Easter Egg ist eigentlich kein richtiges, denn es gibt Stellen im Spiel, an denen immer wieder verschiedene Ereignisse passieren, so wie hier in Tabakal im Norden des Spiels. An dieser Stelle erscheinen immer wieder unterschiedliche Dinge und mit ein bisschen Glück trefft ihr auch das spuckende Lama an, so wie hier. Ein noch viel krasseres Easter Egg ist in der Region Kaimanis zu finden. Hier trefft ihr nämlich auf ein brennendes Schwert, was ganz klar den Speicherpunkten des Spiels Dark Souls nachempfunden ist. Im Nordwesten des Spiels findet man in der riesigen Salzwüste zwischen Fliegerhorst und Stützpunkt ein weiteres cooles Easter Egg. Hier steht mitten im Nirgendwo ein alter Ledersessel, der rein zufällig genauso aussieht wie der Ledersessel aus dem Film Matrix. Auch die Umgebung passt prima dazu, denn im Film war die komplette Szenerie ebenfalls gänzlich weiß. Es gibt aber noch wesentlich mehr Easter Eggs und sogar eine ganze Serie. Gemeint sind hier verschiedene Knöpfe, die man im Spiel finden kann. Und wenn man diese dann drückt, passiert natürlich auch etwas ganz Besonderes. Was genau wollen wir euch an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Um die Finder von weiteren Easter Eggs entsprechend zu belohnen, haben wir ein super Fanpaket von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands zusammengestellt. Dieses seltene Fanpaket verlosen wir unter allen, die hier unter dieses Video neue Easter Eggs posten. Also geht auf die Suche, es lohnt sich. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal!